Hallo allerseits, LB-Bomb hier und willkommen zur Versuche nicht zu lachen Challenge Nummer 7, Slav Edition, gemeinsam mit Zui. Hey Leute, was geht? Ja, also da muss ich gestehen, solche Slav Dinge, Versuche nicht zu lachen, Videos sind irgendwie meine Schwäche. Ich finde es lustig. Ja, die sind extra hart, auch für mich. Ja, ich meine, wir beide sind ja Slaven, deswegen ist es ja auch sehr passend, dass wir hier ein slavisches Versuche nicht zu lachen Challenge Video machen. Richtig, gleich dem Blut treu bleiben. Ja, genau. Sayosu Nerojime. Aber ja, würde ich sagen, können wir auch loslegen, du hast noch, wie bei drei Sekunden, musst du wieder auf null zurückspulen. Hoppla, Moment. So. Ich, ich sehe es jetzt schon, ich werde mir so hart den Arsch ablachen. Bist du bereit? Dich lachen, ja? Bist du bereit? Ich bin bereit, ich bin ernster wie nie. Was man drunter versteht. Okay, ja, ich wäre soweit, Bomben los. Bomben los. Das glaube ich nicht, auf null zurückgespielt, Uda. Woh, habe ich nicht. Ich glaube nicht. Okay, jetzt. Das denke ich mir auch jeden Tag, wenn ich wenig Schlaf hatte. Bist du jetzt? Das ist dein Brain um 300. Genau. Gag voll, weil ihr euch nicht schützt. Gleich mit Warnung. Oh Gott. Hast du jetzt eine Welt? Ja. Ja. Ich bin nicht. Ja. 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 Da stand... Da stand Ding. Habs gesehen. Hui. Oh, Mann. Sorry. Hab jetzt schon gefasst. Oh, wie Katharine Burg. Tolles Sabitja. Warum... Warum... Warum hat er einen Kühlschrank? Oh, die Musik dazu! Oh, Mann. Ich könnte so das Video schauen, aber... Oh, den Clip. Oh. Aber es ist auch lustig. Die kenne ich noch nicht. Oh, ich müsse so zusammenreißen, ey. Was glaubst du, wie ich mich fühle? Die lachen noch. Äh, geil. Oh, ist das hart. Oh, ich kenne das. Ich kenne den Clip auch. Oh, ich kenne das. Ich kenne den Clip auch. Ein Valkos. In der Tür. Wie ist das? Ja, und du gespielt. Wie ist das? Ah... Wie ist das? 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 Zum Henker. Ja, damit brauchst du keinen Brunnen. Die Musik dazu noch, Alter. Panflittenmusik. Der ist einfach tot. Der ist RIP. Okay, das war ein Kicher. Mist. Naja, 1 zu 2 aber immer noch. Okay. Nur in Russland. Nur in Russland. Oh mein Gott. Wieso? Nur in Russland. Der hat ihm halt straight ins Face geschossen. Ja. Okay, was geht hier ab? Die schauen Fernsehen? Die schauen erst nach Fußball. Ja. Kann man auch machen. Ich finde es sehr lustig, wie es bis jetzt dem hauptsächlich nur Russisch war. Ja. 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 Seine neue Sprache, verdammte Ökst! Es ist knapp. Ich hab nicht mitgezählt, wie viel es ist. Er brennt halt auch. Ich hab nicht mitgezählt, wie viel es ist! Hallo, ich heiße L'Antol, ich bin Millionär. Kannst du dir sagen, dass wir uns heiraten und dass wir zusammen in Monaco verabschieden? Sie hat gesagt, er ist ein Millionär und möchte gerne eine Frau heiraten. Also sie. Guten Tag, Jogte. Sie hat gesagt, sie möchte nicht mit ihm zusammen sein. Alles klar. Sie soll das machen, was sie sagt. Alles klar. Krasenkan. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Alles klar! Alles klar. Alles klar! Sie sagt, meine Güte. Russische Streetfight! Ich bin der Rumpab-Beat. Ich bin der Rumpab-Beat. Als ich aus den Parakas spiele, habe ich Chik-Chik-Bum. Wir haben diese Kuh-Kuh-Kuh-Kuh-Kuh-Kuh-Kuh-Kuh-Kuh-Kuh-Kuh-Kuh. Ja, Herr, ich bin Kubin-Beat. Als ich nachher wieder tanke, dann wird alles. Check, checki, boom, check, checki, boom. The Senuritas they sing and they swing with de-do-de-do. It's very nice. So what a fight. And when they dance they ring a happy ring that had a care, singing a song all the day long. In their tongue means do-fuck clean. I'll get born in your Nachten. Skyrim, Classic. Technische Schwierigkeiten, Leute. So, hoffentlich funktioniert das jetzt wieder. Moment, komm mir gleich, komm mir gleich. Gib mir nur einen Moment schnell. Das hat schon, es dauert länger, deswegen bin ich kurz runter. Sahne? Hallo? Mein Freund? Bitte nicht, bitte. Was? Was? Ping 300. 2 Uhr nachts sind in der Disco. Ne, 5 Uhr morgens eher. Schon. Okay, technische Schwierigkeiten wieder behoben. Hoffentlich bleibt es auch so. Hoffentlich. Läuft bei der anderen. Auf jeden Fall. Okay. Okay. Die Musik ist nice. Das stimmt. Okay, was macht er? Ah, ich kenne das, ich kenne das, ich kenne das. Ja. Klassik. Stand da. Ukraine gegen Russland. Und dann kommt Amerika und... Äh, lol. Toll. Was sind das alles für Flaggen hier? Der eine im Hintergrund jubelt und der ist voll im Arsch. Das war die EU. Okay, hier haben wir Dagestan. Äh, aha. Eine, äh, Operation und einen Einsatz. Äh, äh, das nenne ich mal Spitznass. Oh, das spielt gut. Garmoschka. Das heißt, glaube ich, Akkordeon, oder? Das heißt, glaube ich, Akkordeon, oder? Nee, Schleich. Begum-Begum-Begum, Seine Musik ausgerechnet, Bäubigen Sie in der gudelungzeit, Wenn wir ausgerechnet, und schhörnungen sind sie nicht behalten, Aber nur die lange gingen, bei uns. Oh, wie mit uns verlassen, der eine Doppelung. Oh, wie mit uns. greener Doppelung. Wirkri參 tech wieder. Bäh, du lieb, weißt! In this Schleich. Wirkri sind im Hintergrund, Das ist toll, aber aber schon wieder zuhören, die die Wälder sind auch für die gleiche Blüte. Das ist toll, die wir unter anderem Ihren. Aber dann wird es so, dass wir uns wieder bei uns und da werden uns noch stärker sein. Aber die Lüte Mörbe schnell sind auf uns zu helfen. Ich bin jetzt sicher, dass die Lüte mit unseren Lüten Was ist die Lüte? Die Natur im Krieg. Wir als die Mutter, aber es ist Zeit für die Geheimnis, und es ist Zeit für die Zeit zu kommen. Wir haben uns noch eine Minute gesehen. Und wir haben uns noch eine Minute gesehen. Wir haben uns noch eine Minute gesehen. Wir haben uns in den Hübschern und in den Hübschern. Und wir haben uns in den Hübschern. Und wir haben uns in den Hübschern. Er hat einen verrückten Taktischen Geheimnis. Wenn wir uns ausgehen, dann gehen wir an. WMESTE SKALADAMI ILE SAMIM PEREDIN SUSANIN PROSTANAM ZA VESCHANA AB BOGA RUSSKAIA DOROGA, RUSSKAIA DOROGA, RUSSKAIA DOROGA Ich hab nur geguckt, meine Fetzer drunter fällt Der war jetzt erwartet Deutschen Lappler Ah, schade Ja, eigentlich ein geiler Abschluss irgendwo Ja Vielleicht ein bisschen zu lange für eine 10 Minuten Challenge, aber wieso nicht? Aber die Clips, oh, die waren göttlich Vor allem Die Clips, ich kannte wirklich fast keinen von denen Also es war wirklich gut Also ich kannte schon ein paar, aber Die meisten Ja Ja, sorry, sag du, sag du, da hab ich dich unterbrochen Nee, nee, du hast Lust Ja, okay Ja, also dieses Ding, also wie gesagt, ich kannte schon da ein paar Clips, aber Die waren trotzdem zum Arsch ablachen Vor allem Oh, der Clip mit dem Pseudopanzer Oh ja Nimm sie blöd Äh Das war vielleicht Oh Mann Du bist halt Insel abgebrochen, wo er angefangen hat zu reden Und ich konnte es noch so ein bisschen aushalten Aber dann, wo der Typ dann aus dem Ding gesprungen ist, da war es vorbei Oh Mann Das war vielleicht War War echt gut Hat mir gefallen Das war wirklich nice, ja Ja Ich würde sagen, also Falls wie immer kein Vorschlag gemacht wird seitens der Leute Wird nächste Woche wieder auf so eine Slav Challenge kommen Weil die war Die war echt geil Gute Idee Gefällt mir Ja Leute, also wie gesagt Falls ihr irgendwelche Vorschläge habt Schreibt es ruhig in die Kommentare rein Die werden alle durchgelesen Zugeben, gibt nicht viele Und die werden euch auch dementsprechend auch berücksichtigt Richtig Und ansonsten, ja Und wie immer, falls euch das Video gefallen hat Also bitte da ein Like da Und falls das eine der ersten Haussenden wollte Wann ich etwas Bombastisches uploade Dann abonniert den Kanal Und ich vergesse die Glocke zu aktivieren Und falls es euch interessiert Mein Instagram-Urschen-Name steht unten in der Videobeschreibung Vergesst auch übrigens nicht auch beim Suizo vorbeizuschauen Sein Link für YouTube und Instagram werde ich nochmal unten in die Videobeschreibung packen Und sein YouTube-Channel oben in der Infocard Äh, ja Irgendwo Irgendwo hier wird es schon sein Irgendwo oben Genau Bis zum nächsten Video Bis dahin See you Macht's gut Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal